Was geht ab? Schoko-Freunde! Hauptsache ich laufe da erstmal gegen die Wand. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft YouTuber vs. Zuschauer. Ähm, ja, wir befinden uns mal wieder auf dem Gomez-Server. Ich move vielleicht auf dem Teamspeak jemanden hoch, gegen den ich dann heute spielen werde, Freunde. Ähm, falls ihr die Chance haben wollt, beim nächsten Mal mit dabei zu sein, folgt mir einfach auf Instagram. Da ist ich RyanXCole, da kündige ich immer 30 Minuten vorher meiner Insta-Story an, wann wir das Ganze aufnehmen. Heute machen wir es noch einmal über Teamspeak. Das nächste Mal wird wieder über Discord sein. Das wurde sich ja auch schon wieder häufiger gewünscht. Also nächstes Mal machen wir das Ganze wieder über Discord. Und ich würde sagen, falls ihr mehr von YouTuber vs. Zuschauer sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. So, dann labern wir auch gar nicht viel. Wir move mal direkt jemanden hoch hier. Auf einmal, oh Junge, da sind auf einmal ganz schön viele Leute mit dazu gejoint. Gerade habe ich geguckt, waren das viel, viel weniger. Ähm, hm, wen move wir denn jetzt mal? Hier heißt jemand, Bestrafung bringt dir Fame. Bestrafung zwar falsch geschrieben, aber egal. Das brauche ich, Leute. Momentan mal ein YouTube-Tannel, der läuft nicht. Also move wir den mal hoch, damit ich hier ordentlich Fame bekomme dann auf einmal. Bestimmt ist es locker. Ich wette, dass es irgendjemand gegen den ich schon mal gespielt habe. Aber mal sehen. Ich habe so eine Vermutung, weil es gibt ganz viele, die versuchen das immer und immer wieder. Mal gucken. Nice. Hallo? Hauptsache mitten drin am Reden gewesen. Hallo Ryan, ich bin's wieder. Moin. Also, da war so klar. Ich habe vorher schon gesagt, ich wette, es ist jemand, den ich schon mal hatte. Ja, warte mal ganz kurz. Mein Freund, der wartet da unten. Das ist der. Der zeigt Ryan seine Schwäche. Der möchte einmal Hallo sagen. Warte, ich bin mit ihm im Anruf. Sag mal Hallo, Julian. Hallo, Ryan. Hi, Julian, was geht? Ja, Ryan hat gesagt, hi, was geht? Was geht, Julian? Nix. Nice. Ja gut, dann move ich dich wieder raus, ne? Nein. Doch, doch. Warte, erkenne ich dich an der Stimme? Nee, ne? Doomcheescore? Nein. Verdammt, wer bist du nochmal? Äh. Ach, verdammt, ey. Ich bin schlecht im Stimmenmerken, Junge. Alles ruiniert direkt. Aber vielleicht nicht, aber auch ganz neu. Vielleicht war ich ja schon mal dran. Äh, noch nicht dran. Du warst schon dran. Wie heißt denn, du Ingame? Äh, wenn ich das sagen würde, dann müsste es so vor... Kassunterstrich 2. Ah, pff, du warst doch vor kurzem erst dran, Junge. Nee. Okay. Tschüss. Oh, Mann. Tschüss. Ich wusste es einfach vorher. Okay. Warte, wen haben wir denn noch hier? Ich wollte doch Fame haben, Mann. Ich heiße immer mit 5 Euro PC und 15 FPS gewinnen. So ein Clickbait-Teal. Egal. Also, der hat ja 5 Euro PC wahrscheinlich. Vielleicht 15 FPS, aber 5 Euro PC niemals. Hallo? Hallo? Na, alles klar? Ja, wie geht's? Ganz schön Clickbait-Name. 5 Euro PC wahrscheinlich, ne? Auf dem Flohmarkt gekauft oder was? Naja, 5 Euro weiß ich nicht. Aber es fühlt sich an wie so ein 5 Euro PC. Hast du denn ehrlich nur 15 FPS? Äh, manchmal ja. Das höchste, was ich mal hatte, waren 70. Aber das war auch in der Komplären Lernen. Ja, das wird ja vielleicht ein Easy Win für mich, wenn ich Glück habe und es bei dir lag. Aber mal sehen. Wie heißt denn Ingame? Äh, achso, ich bin auf meinsucht.net. Okay, dann komme ich da online. Spielst du lieber da oder auf Gomme gebannt? Ja, ja, auf Gomme gebannt. Beziehungsweise auf Gomme lag das zu sehr. Ah, okay. Was denn jetzt? Lag das oder gebannt? Gebannt bin ich mit einem anderen. Da kommt mal so böse. Für was? Was willst du spielen? Bad Wars wahrscheinlich, ne? Ja. Auf meinen Sof? Ja. Ich mach mal eine private Runde. Da kannst du nicht gekickt werden. Okay, perfekt. Da flexst er hier mit seinem Rang direkt. Bist du denn gut im Bad Wars sonst? Oh, du siehst schon ein bisschen aus wie ein Schützer. Das sind zwar die Cosmetics nur, aber hat er noch die Flügel hier, die heftigen blauen Augen so. Aha, den hab ich auch. Zack. Erst mal ein bisschen hinsetzen. Erst mal kurz chillen hier. Ähm, Fast Bridger und so, kannst du? Ja, natürlich. Natürlich. Wer weiß, wer weiß. Mit 15 FPS ist ja alles schwieriger. Hatte ich früher auch. Ich weiß auch, dass ich so einen richtig schlechten PC hatte und immer bei einem anderen Spiel, League of Legends heißt, das hatte ich immer Standbilder, wenn es losging. Das war immer ein bisschen belastend. Also, da muss ich jetzt immer noch mal nachfragen. Hast du früher gehackt? Äh, früher mal mit Rückblick, aber nicht mehr. Früher war es richtig schwer, diese ganzen Sachen zu kennen, wie Fast Bridger und so. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ja, klar, wenn man anfängt, ist es natürlich mega schwierig. Aber seit irgendeinem Jahren wahrscheinlich mehr oder weniger nicht mehr. Okay. Also, wenn ich verliere, sage ich immer noch, dass du eben einfach, ja, nie aufgehört hast zu hacken, dann habe ich schon mal eine Ausrede. Das ist perfekt. Ähm, super. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Auf einmal, bevor mir so ein Weg war. Junge, richtig. Als ob du noch lebst. Ich glaube es nicht. Okay, warte, komm schon. Bitte. Ich sage ja, du siehst es schon aus wie ein Schwitzer. Das gefällt mir alles nicht hier. Oh. Okay, okay. Ich liebe noch. Warte, bist du? Hä? Bist du dumm? Hä? Also, wie hast du das denn überlebt? Vielleicht. Ja, ich habe schon gesehen, dass du lebst, aber wie? Wie hast du das überlebt? Mitte. Habe ich noch Mitte gesagt. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, du wärst ganz runtergefallen. Ja gut. Das ist dann schon mal in den Bettentausch. Kritisch. Ich dachte schon, ich habe einen Free Win hier. Möglicherweise. Ja, an sich jetzt nicht. Jetzt sind ja einfach nur beide Betten weg. Und ich verbaue mich hier gerade ordentlich. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig. Nein, nein. Oh, stopp. Ich bin... Bist du runter... Wenn du das in der Aufnahme siehst, ich bin nach dir runtergeflogen. Auch durch das Loch. Ich bin auch nach dir gestorben. Ganz klar. Wir sind gerade einfach genau da die Blöcke weg. Ja, GG. Ich werde gerade hochbauen und auf einmal fliegen die Blöcke weg. Oh, Mann. Ich verstehe nicht. Das war unfair. Das waren Hacks. Ja, ja. Das waren deine Block-Litch-Hacks. Ja. Die habe ich eine ganz tolle gedownloadet, damit ich eine Chance habe. Ja. Du guckst ganz kurz den Block an, dann war ich mehr so weg. Ja, ich muss da mit Optifine draufsoopen, sondern verschwindet der einfach. Dann kriege ich die. Ah, das ist dann ja schon mal 1-0 für mich durch meine Hacks hier. Perfekt. Immer diese Hacker, ey. Schlimm auch heutzutage. Hey, musst du gerade sagen hier. Ich wurde auch... Ah, doch. Ich wurde auch schon mal für Hacking gebannt. Aber zu Unrecht. Das ist halt der gute alte Hive-Server. Ja, da werde ich auch immer noch gebannt. Ich muss eigentlich mal... Ich weiß, ich kenne sogar deine Videos. Ja, du warst alles. Stalker. Wissen Sie, ich gucke. Daran erkennt man sogar. Okay, wie lang sind meine Haare? Warte, hast du nicht eine Glatze? War da nicht irgendwann? Hey, keine ganze Glatze, okay? Aber ja, das lasse ich als Antwort durchgehen. Also, wir schätzen gerade sind die so auf zwei Millimeter. Schätzungsweise. Sehr lang. Meine sind, glaube ich, ein, zwei Zentimeter. Ach, ist auch nicht so lang. Dazu habe ich auch noch schlecht Internet zu meinen 15 FPS. Ich habe keine Haare, aber dafür wenigstens gutes Internet. Also, okay ist es. Und einen halbwegs guten PC. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr FPS wie ich und das ist immer besser. Ne, ich habe zwei FPS. Der mal FPS auf 15. Dann haben wir... Oh Gott. Vielleicht eine echte Runde. Falls ich verlieren sollte, die Ehrenrunde, machen wir dann das. Ja, aber du hast ja auch nicht immer nur 5... Ja, machen wir, machen wir. Du hast ja auch nicht immer nur 15 FPS, oder? Ne, ne. Auf so kleinen Maps beispielsweise habe ich bessere FPS, so 30. Ja, guck. Dann, äh... Klima Daumen. Muss ich das ja gar nicht unbedingt. Zack, kommt schon. Bitte, ich kann jetzt nicht in Zimt verlieren. Ich kann nicht First Rush Gold werden, das geht nicht. Kannst du mal einen Knockback kriegen hier? Okay, dankeschön. Okay, warte mal. Wir müssen noch eine Bestrafung ausmachen nebenbei, während ich jetzt deinen Beta-Bauer und du durchrennst wahrscheinlich. Aber ich mir den Base-Teleporter hole. Bam, bam, bam. Hacker. Das ist TP-Hack. TP-Hack, ja. Habe ich erst mal. Bam, TP-Hack. Ähm, ich bin halt wieder für das Übliche. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Skin wechseln. Skin wechseln. Boah, der weiß ja wirklich Bescheid hier. Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du mit deinem Skin ja angepasst auf deine Cosmetics ist und alles. Oh mein Gott, ich bin fast runtergelaufen. Da denkst du wahrscheinlich so, nee, Skin wechseln will ich nicht. Ja, ist schon ein bisschen doof. Okay, wir können uns ja gleich sonst noch was überlegen, nachdem ich dich gekillt habe. Oh, immer noch am Leben. Okay, okay. Also, look auf, Hatch und Hotkeys. Ich bin nochmal weg. Nee, 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 nee. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Oder steht man Fallschaden, das ist auch okay. Ja, oh, oder spring einfach runter, das ist noch besser. Du gönnst mir aber auch nicht, ne? Du springst immer von alleine runter. Gönn mir doch mal den Kill, was denn? Ich hab noch gar keinen Kill gemacht, die Folge. Ähm, wollen wir sagen, die erste Runde zählt nicht? Naja, das sind die Blöcke weggepackt. Das ist, also, naja. Sind die ehrlich weggepackt? Oder hattest du keine mehr? Nee, die sind wirklich weggepackt. Ich hatte irgendwie noch, ich glaube, 32, 34 Stück. Okay, komm, dann machen wir noch eine. Dann sagen wir, es steht 1,0 für mich. Und dann sagen wir, alles oder nichts. Sagen wir, ach, wobei ist das ein bisschen risky. Nee, nee, 1,0 für mich, sagen wir. Machst du selber YouTube? Äh, nee. Dann kannst du ja auch den Skin Easy ändern für eine Woche. Ist ja auch nur eine Woche. Außerdem ist mein Skinny jetzt auch nicht so hässlich. Ich glaube, den kann man reinnehmen. Kein Kommentar, das heißt, der ist hässlich. Okay, danke. Aua, das hat schon alles gesagt. Deine, keine Antwort waren, das hat mehr als tausend Worte gesagt. Meinen Kumpel gewinne ich immer. Auch wenn er eigentlich besseren Laptop hat. Hm. Na, der hat ja nicht deinen Skill. Aber sag ihm das nicht, dass ich über ihn gelästert habe und mein, du wärs besser. Der schaut das Video dann schon. Oh, äh, schick ihm das Video nicht. Ich schick's ihm auch nicht, aber guck, du siehst von alleine an. Oh, wie heißt er, ich muss den schnell blockieren, so dass er die Videos nicht gucken kann. Nee, das geht dann aber trotzdem auch. Verdammt. Hm, was machen wir jetzt hier? Ich will nicht verlieren. Ah, lol. Weißt du, ob du mir dann einen Hit gegeben hast? Okay, komm schon. Jawoll, okay. Geh, komm, dich nicht gekehren, Junge. Ich hasse mich. Glocke wieder weggebackt? Neue Runde oder was? Zählt nicht? Direkt. Ah, warte. Ah, nee, komm, ich mach, nee, nee, ist schon gut, schon gut. 15, wir machen einfach, wenn ich dich jetzt hole, einfach gleich noch eine Runde mit 15 FPS. Das ist ja auch erst noch nicht. Oh, ähm. Und die Blocke ist wieder weggebackt. Ich, ich, ja, cool. Ich weiß nicht, was das ist, ey. Also, ich glaube, ähm, ciao. Ah, okay, 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 da hat er kein Knockback bekommen. Reduce nennt man das auf Korrid. Du meinst, äh, no knockback. Na, ja, Englisch. Ja, äh, natürlich. Das ist die zweite Sache, aber darüber sprechen wir jetzt nicht, nicht in der Aufnahme. Ach, stimmt, dann bist du wieder gebannt. Okay, okay, okay. Gut, dass du nicht hackst. Kein, gut, dass das legit war gerade. Nein, nein. Ja, es war wirklich legit, aber... Ja, musst du ein bisschen schneller... Oh, ein Schwert, aha. Ist aber ganz schön scharf, musst du aufpassen. Musst du das? Hauptsache, du rennst nicht mit einem Schwert in der Hand. Das ist immer... Ach, nee. Ah. 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 Jetzt legt er richtig los hier. Egal, ich geh trotzdem ohne Eis wieder los. Nach Pressure die ganze Zeit. Jetzt fang ich richtig an zu schützen. Okay. Ich auch, aber im echten Leben. Gott, Internet, bitte nicht aus und danke. Doch, time aus. Dann müssen wir noch ne Runde machen. Ich weiß. Nein, nicht aus time. Witz nicht. Na los, komm. Okay, moin. Komm, bitte, du war... Ach, zwei Herzen, okay. Wenn ich so weitermache, bist du irgendwann tot. Ich bin einfach untergefallen jetzt noch. Ich hasse dieses Loch. Ich sag ja, ich sag ja, du gönnst mir keine Kills. Ich bin da schon ein bisschen frech jetzt langsam. Also, was ist denn los mit dir, Mann? Ich hasse dieses Loch. Okay, dann noch eine Ehrenrunde. Ich glaube, du musst aber leider schon meinen Skin reinmachen jetzt für ne Woche. Ja, lässt sich einfach. reinrichten. Nice. Ich stelle meine FPS jetzt auch runter. In dem Level Map nochmal wahrscheinlich, ja. Wo macht man das denn hier? Oh Gott, 15 FPS. Jetzt schalten eh alle ab. Davon kriegt man Augenschmerzen so richtig. Oh Gott, Alter, so kann ich nicht spielen. Nee. Aber ich muss das, Ja, du hast auch 30 FPS, meinst du? Oder meistens? wenn sie hochkommt. Ja. Oh Gott, okay, ich werde verlieren. So 20 bis 20. Ich kann es auch 20 bis 25 einstellen. Mach mal. Ich mache jetzt 15. Ich mache jetzt 15. Challenge ist Challenge. Ganz große Ehren, Mann. Ja, aber ich werde sowas von verlieren jetzt. Alles oder nicht? Nee, 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 nee. Ach, Mann. Ich werde, ich kann es gar nicht bauen. Oh, du bist schon richtig weit. Oh Gott, ich kann so nicht fast bridgen. Nee. Oh mein Gott, wie das, Alter, ist das schrecklich. Und er sagt, noch so fast bridgen, natürlich kann ich das. Okay, das geht, das geht damit, aber das ist richtig schwierig. Ja, ich habe den Ranch hit nicht kommen. Ich habe auch keine Überraschung mehr, ich springe auch runter. Wie gesagt, wie gesagt, ich gebe dir den Kind. Ja, ich merke schon. Kannst ja auf E-Mail bestellen, aber nicht Bier. Kannst ja auf E-Mail meinen Suchnetz-Booster kaufen. Gibt es das da? Keine Ahnung. Ja, ja, hast du gekauft, ne? Gibt es so. Natürlich. Meine Setze sind ja halbwegs gut, ich bin wenigstens unter den Top 100. Oh, das ist gut. Ich bin Platz 1 hier. Eutern. Ja. Bist du nicht der gute alte Jikuto? Bist du, natürlich. Ja, bin ich, bin ich. Okay, das ist der Platz 1, oder was? Ja. Ah, Junge, was ist denn jetzt los hier? Verfolgungsjagd, oder was? Das gefällt mir gar nicht. Junge, ich hasse dich, ey. Kauf nie wieder Milka-Schokolade, Obio. Was machst du, ey, what? Nein. Was machst du jetzt, runterspringen wieder, dass ich den Kill nicht kriege, oder? Was ist der Plan? Plan ist Plan. So, moin. Wenn du jetzt runterspringst, ne? Ich lach so. Mein, das ist jetzt, du weißt jetzt nicht absichtlich. Ja, ja, ja. Der Heiligenschein, der passt zu dir. Ich kann, ich hätte dich doch nie im Leben so gekillt. Ja, ja, bitte. Oh, habe ich jetzt mit 15, jawohl, mit 15 FPS kriege ich dann den Kill. GG. Ich war das gar nicht, das war mein kleiner Bruder, der gegen dich gespielt hat. Können wir jetzt mal richtig spielen? Ne, ne, da muss dein kleiner Bruder jetzt das Kind ran machen. Ich habe nur kommentiert. klar. Erst mal die FPS wieder hochstellen, so. Zack. Ah, viel flüssiger. Jawohl. Junge, die sieht ja richtig cool aus auf einmal hier. Die Augen passen jetzt nicht so ganz. Guck dich mal in der 5 an, bitte. Oh Gott, das sieht so gerne aus. Das hat aber auch was Lustiges, so als ob du so leuchtende Wangen hättest oder so. Also feier eigentlich. Oder so für leuchtende Wassertropfen, so, 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 so. Wie nennt man das? Frenz, Sabber, keine Ahnung. Sabber genau. Ja. Ja, sieht nice aus. Du hast ja sogar 45 Online-Stunden. Dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen. Geil, lass es gehen auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, möchtest du auch viel grüßen oder sonst was? Deinen Kumpel gegen den Nummer gewinnst. Äh, 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 ne. Ich grüße Maurice. Okay, Maurice, grüße gehen raus. Dann move ich dich wieder raus. Danke fürs Mitmachen. GG, hat Bock gemacht. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. So, netter Boy auf jeden Fall. Äh, zum Glück gewonnen. Ich hatte ein bisschen Angst. Hätte ich jetzt gegen 15 FPS verloren, wäre das auch ein bisschen peinlich für mich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, die 15 FPS-Runde habe ich ja zum Glück auch noch irgendwie gewonnen, aber das ist ja wirklich schrecklich. Also mein Beileid. Kann bitte irgendjemand einen Samu in den PC kaufen? Also mit 15 FPS immer, das, äh, das ist ja, das ist wirklich schlimm. Wenn man sich ja dran gewöhnt hat irgendwie, dann geht es, glaube ich, einigermaßen. Ich hatte das ja früher auch, wie gesagt, aber es ist eigentlich echt, echt schrecklich so. Aber, naja, vor allem für 15 FPS hat er mega gut gespielt. Oder wer meinte, es war ja eher so 20, 25. Ähm, ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Nächstes Mal, wie gesagt, ist das Ganze wieder über Discord. Und ja, folgt mir auf Instagram, da kündige ich das immer an. Ryan X Cole, mache ich immer so 30 Minuten vorher in meiner Insta-Story. Nächstes Mal kündige ich das vielleicht auch auf Discord oder einfach an auf meinem Community Discord. Da ist auch der Link in der Beschreibung. Ich hoffe, der Link funktioniert. Ansonsten werde ich den demnächst mal updaten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.